Eine Wanne voller Kohle, 1200 aktuell zugeschlagen. So, Leute, jetzt nennen Sie mal bitte das nächste Tier. Das ist ja... Achtung, hallo? Hier ist das Fernsehen. Hallo? Ja, wer ist denn da? Frau Krüger. Wie? Frau Krüger. Warten Sie mal ganz kurz, der Counter muss erst. Fertig sein. So, jetzt, ich hab's hier nicht verstanden. Wie ist Ihr Name? Patrick. Der Patrick ist am Telefon. Patrick, von wo aus rufst du an? Vom Telefon. Vom Telefon. Wir suchen ja, Sie haben ja jetzt gerade angerufen, sind durchgekommen, Patrick. Und es geht jetzt über 1200 Euro sicher in der Wanne, ja? Ja. Patrick, bei 1200 Euro, wenn ich das jetzt mal auf Ihr Taschengeld runterrechne, ja? Dann ist das ja ein Jahrestaschengeldgehalt, oder? Ja. Was kriegst du Taschengeld in der Woche? Ich. Ja. Ich verdiene nur. Ach, Sie sind schon arbeiten? Ja. Ach so, was arbeiten Sie? Mechatroniker. Miche, was? Mechatroniker. Ich hab Ihren Vornamen nicht verstanden. Sie heißen wie? Patrick. Patrick. Mechatroniker sind Sie. Ja. Und sind Sie noch in der Ausbildung? Ja. Und seit im ersten Jahr, also Ausbildungsjahr oder zweiten? Zweiten. Und Sie haben so eine tiefe Stimme. Haben Sie heute Nacht gesoffen, oder was ist los? Ja. Ach, was gab's denn zu trinken? Jack Daniels. Jack Daniels, Patrick. Ja? Wie viel haben wir denn vom Jack Daniels getrunken? Eine ganze Flasche. Eine ganze Flasche, Junge! Da warst du ja ziemlich dicht gewesen, ne, Freund? Ja. 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 Und jetzt hast du einen dicken Kopf. Ja, ich hab aber Antwort. Ja, Moment. Bevor die Antwort kommt, wollen wir uns noch ein bisschen unterhalten. Was hat denn die Frau gesagt, als du dir eine ganze Flasche in den Kopf gebunden hast? Nix. Nix? Die ist das schon gewöhnt? Ja. Ja. Und Patrick, wie alt bist du? 19. 19. Und dann ballerst du ihr einen Jacki hinter die Binde. Ist ja Weltklasse. Ja. Bist du verheiratet? Nee. Nee. Aber hast du schon Kinder? Nee. Auch nicht. Patrick, pass auf. Du bist ja, wir können ja anhand deiner Stimme erkennen, ob du schon 18 bist oder nicht. Ja? Pass auf, du musst jetzt einen ganzen Satz sagen jetzt, damit wir es aufnehmen können. Und zwar, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Kannst du das mal bitte machen? Wie bitte? Wie, wie bitte? Willst du mich verarschen? Nochmal. Sag bitte den Satz. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Brautkleid bleibt Blaukraut. Äh, Brautkleid. Das war jetzt natürlich... Das war der Checky wahrscheinlich, ne? Die Nachwirkung vom Alkohol. Ja. Jetzt sag mal zweimal hintereinander, die Katze tritt die Treppe krumm, die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm, die Katze tritt die Treppe krumm. Boah, bist du dicht, Junge. Du bist ja noch rapendicht. Ja. Ja, was macht man da? Besoffene dürfen hier nicht anrufen. Das ist ja nur, nur wenn man nüchtern ist, kann man hier mitspielen. Und du hast ja noch 5 Promille. Ja. Ne, was macht man da jetzt? Weiß nicht. Ja, trinkst doch mal ein, ja? Und legst schnell auf, okay? Ich habe aber Antwort. Ja, aber du bist ja betrunken. Du darfst, Betrunkene dürfen hier nicht mitspielen. Und wenn Leute checkten, so. 5. Tut mir leid, meine Damen und Herren. 4. Hier sind über 1200 Euro drin. Erst ab 18 anrufen. 9 live, meine sehr verehrten Damen und Herren. 9 live, meine sehr verehrten Damen und Herren. 9 live, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz, ganz großes Kino.